Marktanteil von E-Autos in Deutschland sinkt um fast 30 Prozent. Neuzulassungen von E-Autos sinken um annähernd 30 Prozent. Neuesten Zahlen zufolge sind die Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland um nahezu 30 Prozent eingebrochen. Dies stellt eine bedeutende Herausforderung für die Automobilindustrie sowie für die Regierung dar, die beide das Ziel haben, den Anteil an Elektrofahrzeugen auf den Straßen zu erhöhen. Trotz diverser Anreize und Bemühungen zur Förderung der Elektromobilität ist eine deutliche Abschwächung der Nachfrage zu beobachten. Ein genauer Grund für den Rückgang der Neuzulassungen ist noch nicht klar. Es wird vermutet, dass Faktoren wie die unsichere wirtschaftliche Lage, mangelnde Infrastruktur für das Laden von Elektroautos und eine begrenzte Modellauswahl zu dem Rückgang beigetragen haben könnten. Experten sehen in diesen Zahlen allerdings nicht zwangsläufig einen allgemeinen Trend. Sie argumentieren, dass die Zahlen auch auf temporäre Einflüsse wie die Auswirkungen der Pandemie oder den Mangel an Halbleitern, der die Automobilproduktion weltweit beeinträchtigt, zurückzuführen sein könnten. Die Industrie und die Regierung müssen jedoch Maßnahmen ergreifen, um den Absatz von Elektroautos wieder anzukurbeln. Eine Verbesserung der Ladeinfrastruktur, mehr Auswahl bei den verfügbaren Modellen und finanzielle Anreize könnten dazu beitragen, die Nachfrage zu steigern. Die Regierung hat bereits angekündigt, dass sie ihre Bemühungen zur Förderung der Elektromobilität verstärken wird. Es bleibt abzuwarten, ob diese Maßnahmen ausreichen werden, um die Neuzulassungen von E-Autos wieder zu steigern. Der Rückgang der Neuzulassungen von Elektroautos ist ein herber Rückschlag für die Bestrebungen Deutschlands, seine Klimaziele zu erreichen. Es ist klar, dass es eine gemeinsame Anstrengung von Industrie und Regierung erfordern wird, um die Herausforderungen im Hinblick auf die Elektromobilität zu meistern. Geschrieben von Anita Farke, Donnerstag, 4. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.